Ich war's nicht. Scheiße, das Feldbus. Ach. Oh, oh, hey. Oh. Oops. Oh, shit. Au revoir, Volchers. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Ist das etwa dein toller Plan? Du hast uns in die Scheibe geritten. Ich hab uns nur wieder rausgeflogen. Da kann man, glaube ich, gut drauf surfen. Akt, äh, vierter Akt, Kapitel 1, der einzige Weg. Mhm. Hm. Hm. Aber einem Genie, wie dir beim Problemlösen zuzusehen, ist echt erhellend. Jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ich hab die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Zufall, so heißt Ischis Aftershave. Geiler Humor. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps haben meine Peitsche, hatte seine Position darin gespeichert. Rauf auf die Brücke, dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort. Wenn möglich wäre, darüber zu kommen. Ja, glaub schon. War doch leise. Ich weiß gar nicht, was die haben. War doch ganz, ganz leise. Ungefähr so wie ein Baby nachts um drei. Was? War doch nicht so. War doch alles! War doch nicht so. Ja, dann lass mich in Deckung. Oh Gott. Nummer 3 in Folge. Hey Mensch, das gibt's doch nicht. Ich fail heute schon wieder, das ist doch nicht normal. Erstmal wieder die Munition kaufen. Egal. Okay, ich hau den Typen immer zu, ich knall's einfach ab. Ganz einfach. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, den ganzen Scheiß wieder zu kaufen. Egal, dann Rushy da halt jetzt mal durch. Geht ja auch ganz schnell. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ok, ich glaube, diesmal habe ich jetzt Glück gehabt. Man spielt nicht mit sowas, hat das es deine Mutter nie beigebracht. Nö, ich darf das. Los geht's. Hm. Bist du durch das Gebäude durch? Oder es vielleicht zerstören? Hätte ich ja eigentlich gar nicht kaufen müssen. Wenn du meinst. Ich schätze, mordende Mutationen haben Sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Okay, das hat sich jetzt nicht gelöst. Äh, ja. Jetzt? Was ist das denn? Was ist das? 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 Oh, Mann! Was kann er da? So ein Arschloch. Da ist sie. Ich hab das Gefühl, diese Skulls-Bastarde folgen uns. Wir sind nicht ihr Ziel. Sie wollen zu dieser abgestürzten Kapsel. Serrano ist da drin. Wir müssen zuerst dort sein und den General beschützen. Wir müssen den General beschützen. Widerspricht das etwa deinen wahren Motiven? Ich hab gesagt, ich bring dich hier weg und... Hey! Unser Häschen ist weg. Da. Wenn du nicht kooperierst, habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Verdammt! Lass sie runter! Geh weg von hier! Hör mir genau zu. Du post, was ich sage. Beim nächsten Verrat briche ich dir das Genick. Das ist aber nicht die feine englische Art. Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Das ist aber nicht die feine englische Art. So kann man auch den E-Zwein machen. Was denkst du, ist hier passiert? Solarstrahlung überschwemmte den Ort. Sie haben versucht, die Touristen wegzubringen, aber... Ich hör sie. Okay, da wollte ich jetzt was eigentlich nicht von, aber es ist ja auch nicht. Ah, was leckert denn jetzt so. Das Kaspers geschüttet am Dorf. Ein Skulljagd-Trupp. Bieten wir ihm alles auf. Tja, auch eine Scheiß-Lache. Äh, Lache. Das Jugend war nicht mehr so vorteilhaft. Äh, wie sie sehen. Äh, whatever. Arschloch. Und, das ist meine. Schaut da jetzt dazu gut aus. Ja, Klasse. Klasse, fast keine Munition mehr. Aaaah. Ah. You. Untertitelung des ZDF, 2020